hallo und herzlich willkommen zu mittelerde schatten des krieges ja und am ende der folge der letzten folge haben wir rausgekriegt dass wir nicht nur hier rum irren müssen sondern dass es die möglichkeit gibt punkte zu setzen wie die rumschreien ist so witzig alles klar so naja hier dieser eklige deswegen habe ich da denn den wegpunkt gesetzt gucken ob es ob es jetzt finden können man sieht ja fast ja 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 das ist ein Das war ein Geschenk von Gondors anderer Grenze, den langen Stränden von Anfallas an Gondors ferner Küste. Ihr Herrscher Golaskiel schickte uns diese geweihte Schale mit Wasser aus dem Fluss Morthont und wir behielten sie noch lange, nachdem das Wasser bereits verdunstet war. Ich träumte oft davon, Anfallas zu besuchen. Es würde mir bestimmt besser gefallen als die Hauptstadt Minas Tirith. In mir steckt zu viel von der Grenze, um zufrieden in besiedelten Landen zu leben. Jötz. Kritische Treffer. Finde ich gut. Diese Schale ist weit weg von zu Hause. So wie wir alle, Kelle Brimboer. So, dann ist das hier das letzte, va? Ups. Finde ich gut. Oh, der Himmel. Okay. Boah, ist hier die Ehre. Ich könnte eben so gut im Tier sein. Hast du das gehört? Keine Zeit, ich muss Collectibles sammeln. Hm. 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 Und noch ein Fertigkeitspunkt. Elmlicht. Elmlicht setzt Feinde zusätzlich in Brand. Schön. Elmlicht friert Feinde zusätzlich ein. Ich finde Feuer, Feuer finde ich immer gut. Ich fertigte diese Lampen und gab sie den Zwergen von Moria. Dann sind sie weit gereist. Aber in wessen Händen? Was ist da draußen? Etwas ist da, das ist sicher. Typisch für mich, mit dir hier draußen zu sein. Was haben wir denn jetzt hier? Sieht so aus, ne? Ach, den muss ich noch, den habe ich mit dem Tode gedroht. Oh Gott, das stimmt. Das stimmt. Das müssen wir machen. Dieser Gespenster! Der Recke sah Krieg als eine Kunst an und sich selbst als größten Künstler Mordos. Ihn zu meinem Häuptling zu machen. Diesen überborgenen Stolz zu stutzen. Mhm. nie... ... ... ... ... ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal. hey haupt mir mal die combo kaputt blöder wichser Alter, schon wieder. 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 Alter, schon immer. Alter, schon wieder. Oh, oh, oh. bleib entspannt keine fiesen schützen hier ich Gah! Gah! Fuck! Da will sich jemand meinen Titel verdienen! 49! Ungern! Die waren Krieger, nicht wahr? Du kannst mit einer Klinge umgehen, doch ich bin nicht so leicht beeindruckt. Dein Stil ist mangelhaft und ich werde es dir vorführen. Okay. Zweit! Zu dritt! Ja, ne, ist klar. Ja! 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 Alter, benommen! Benommen! Wo ist der denn benommen? Alter, ein Heap. Er zwirnt durch die Inrichtung. Ja gut. Ja gut. Ja gut. Alter Schwede. Der ist mir definitiv noch zu hart, alter Häuptling, der Champion. Ja, da kommen wir, da kommen wir, bei Zeiten kommen wir, kommen wir noch mal zurück. Den schnappen wir uns. Leck mich an den Arsch. Ich frage mich, was die anderen... Ich frage mich an den Arsch. 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 Geh weg. Ich frage mich an den Arsch. 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 Ja! schöner finisher ja das war wesentlich angenehmer jetzt als der 49er da gerade lasst wir durch? habt ihr Bock? ein ebenbürtiger Dirk noch versuchte sich von der Abwehr du wirst in kürze endlose Qualen erleiden für die Qualen, die du über mich gebracht hast hab ich schon noch gar nicht Junge, übertreibt doch mal nicht das hast du schon versucht ach so, das kann ich nicht auszählen ja danke sehr Junge, ey hör mal auf du bist gut ich nehme dich nicht ich halte den hellen was machen wir damit? ja komm ist das meine? ne ne? töte den hast du was zu tun? so aber ich denke mal jetzt ist das gebiet so ziemlich gecleared gut aufträge gotto rusch ronde aufträge ok dann hinter das ist doch wieder nix für 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 die depression da möchtest doch ach was haben wir jetzt zu tun? da das ist mein mein auftrag also das ist ja ok und hier ist neu da erhebt sie aus der Grube ein Ballrock ein fetter Ballrock ja geil ein Ballrock ja warum warum nicht warum kein Ballrock ich bin hier gerade angekommen weißt du äh ein Hedia hätte ich gerne komm nehmen wir den der waldläufer hat ein haustier jetzt gewöhnt ich bloß nicht dran was geschoss ich ja gut zeit zu sterben ich denke Geh, wo du kommst! Kommt der mir so? Geh, wo du kommst, wo du kommst, wo du kommst! Geh, wo du kommst, wo du kommst! Geh, wo du kommst! Geh, wo du kommst, wo du kommst! Geh, wo 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 kommst! Doch die Welt änderte sich nicht. Ich wiederhole, sie änderte sich nicht. Ich kriege hier nichts zusammengesetzt. Aha. Da ist ein Auge. Nase. Da. Ja. So, was haben wir denn hier? Das ist eigentlich cool, ne? Ein Eissturm-Totenschuss zerschmettert dein Ziel. Was umstehende, feine, panische. Oh gut. Aber ich glaube, das sind die Kritz. Inventar. Ja, der ist aber nicht so gut. Schwert können wir verbessern. Um Stufe 40 zurück und hier muss ich erstmal Stufe 40 werden. Jetzt sind wir hier unten im Loch. Was? Ich will da nicht rausklettern. Ich möchte sehen, wie Gondor versucht, das zu eroberst. Die. 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 Okay. Jetzt ist hier erstmal nichts. Aber wir können ja nochmal hier so ein paar Leute befragen. Ich wollte mal fragen, wer, wer hier so, ja, wer ist, wer ist das denn zum Beispiel? Okay. Suka Leichenfresser. Okay. Furcht vor Gift. Was ist noch? Junge, hör doch auf. Das bekommst du nicht lebendig. Ja. Ja. Wer ist denn hier hinten noch? Aha. Ein bisschen Futter. Furcht vor Flüchen. Auch. Gegen Fernkamp. Wander. Nein. 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 나면些 Geist, die. Ja. Noch nicht. Ja. Was? Junge, bleib so. Was soll das bringen? Ich hab ihn! Hör auf mich zu verfolgen! Geh mal deinen Herrn ausspüren! Nein, nein, lass das! Halt! Los geht's! Hilfe! Frag eine wichtige Nachricht mit mir! Oh, Jack Sparrow! Tschüss! Ja, da ist auch noch einer mit Informationen! Wer ist das hier? Oh, du bist groß! Okay! Geh weg! Es gibt kaum was Schöneres, als eine Weiche aufzuschlitzen! Auf jeden Fall ist es doch nicht so schlimm hier, wie ich gedacht habe! Jedenfalls tagsüber! Tagsüber ist in Ordnung! Ich würde gerne immer hier tagsüber haben! Nachts ist es echt teilweise schwierig zu sehen, was da Phase ist auf dem Bildschirm! Ich hoffe, für euch ist das nicht zu schlimm! Gut! Ich bedanke mich fürs Zusehen! Und ich wünsche euch was! Tschüss! 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 Tschüss!